So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order Part 5. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für 300 Abonnenten. Weil, ich habe gerade gesehen, wir haben sie geknackt. Ich habe dieses Let's Player ja schon vorher aufgenommen. Und starten wollte ich es erst. Starten wollte ich es erst, wenn wir 300 Abonnenten haben. Hier kommt ja auch das Abo Special noch. Das ist jetzt auch aufgenommen. Heute auch noch hoch. Ich zeig's dir, du faule Sau. Los! Und wir waren stehen geblieben. Am Gefängnis oder was das sein soll. Komm schon! Vorwärts! Wo sie die Widerstandscamper aufhalten. Oder aufhalten sollen. Wir müssen jetzt versuchen, Einfach mit diesen gefangenen Truck zu kommen. Dann komme ich später wieder vorwärts. Dann komme ich später wieder vorwärts. Zu kommen. Stahl. Stein. Ein, dumm, meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das ich zu retten lohnt? Verzweiflung, Tyrannei, ein entlos mächtiger Fein. Ob meine alten Kameraden noch im Leben sind? Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich alleine und ich verspreche euch. Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Das können wir gut, denn wir sind E.J. Blazkowicz. Achtung, Gefangenen, Verzweiflung. Unsere Einstabschluss, sicher Eisprüfung. Gefangenen, Verzweiflung. Dass der Land mich nicht sieht. Seht ihr das? Voller Grafikfehler. Ach, hier ist es also, dieses Eisenwald. Ich weiß nicht, ob es ein KZ sein soll oder ein Gefängnis. Ich tippe mal ein KZ. Schade, ich habe keinen Wurf. Widerstammt, also leben sie doch noch. Da ist noch einer. Das ist Hundefutter. Das heißt, hier ist irgendwo ein Hund. Ganz leise von hinten anschleichen. Und? Ähm. Was ist das? Was ist der Teufel? Oh, fuck. Da ist der Hund. Was ist der Hund? Was ist der Hund? Das haben wir wohl verknüpft. Oh! Oh! Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ist da noch irgendwas zum Sammeln? Aber ich muss hier rein. Das ist ein komischer Panzerhund. Nein! Das ist ein komischer Panzerhund. Ich will da runter. Das ist ein Enigma kurz. Wer weiß, wie ich da runterkomme. Das ist ein komischer Panzerhund. Darf ich den jetzt mein Pissen abschlechen? Ja. 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 Ein Messer wäre nicht schlecht jetzt. Ja. Ja. Whoa. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was passiert jetzt hier? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte... Glaubst du ich, dass alles in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Verbrückung, aus der dieser Beton kommt. Ich hab's überlassen und mit dem Beton angeschaut. Wo gehst du hin? Und hier kommt er hin zu her! Die Schrei gehörst du wieder! Und cool... Ich hab die ganze Zeit beobachtet und auf einmal sieht er mich, oder was? Was hätte ich auch Stealth geschafft? Ich hab die ganze Zeit beobachtet! Viele von ihnen kennen mich! Viele von ihnen lassen mich! Ah, ich bin auch der Mann! Der ihnen die Förderung bringen kann! Ich bin hier der Letzter Hoffnung! Ich bin ein Freund des menschlichen Geistes! Da! B2! Unsere Leute aus ihrer Käfig hinzulassen! Ich glaube, dass sie viel mehr zu tun haben!